Liebe Bevölkerung, da hört sich wunderbar, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Das ist populistisch. Fehler sind Fehler und Verlässe sind besonders. Das ist ein populistischer Scheiße. Bevölkerung und Grinnen. Schlampe. Titten. Was grinst du mich an? Was machst du? Wichser. Und AfD-Wähler. Unser Held im Himbeerfeld. Und es macht mich stolz und dankbar. Als Zeichen der Demut sieht man Jesiden, Steine, Leuchter und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste beträgt. Wer euch alle finanziert. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Am 9. März 2016 wurde heimlich auf dem Marktplatz in Jena demonstriert. Geht schnell, ne? Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Hat Papi 50 Euro bezahlt in die Kasse, oder was? Ach, Herr, Sie gehen mir auf den Sack, ey. Dazu wurden blitzschnell sämtliche umliegenden Straßen vor andersdenkenden Minder und Mehrheiten gesperrt und geschützt. Jeden Tag das gleiche Muster. Ich finde das so geil, Ihren süffisanten Blick. Populistische Geschichte. Die Schuldigen waren neben Polizei, Bundesregierung und Staatsanwaltschaft sämtliche Jenaer Funktionäre der AfD. Ich weiß gar nicht, ich sage auch den Namen. Ich sieh, dich sieh. Glauben Sie das? Wir haben in der Gesellschaft ein Problem. Eure Freistimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Freibild werden. Dies lehrte die Stadtkasse und beschnitt alle Menschen in ihrem freiheitlichen Willen. Angstzustände. Vor Rüchte im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Haben keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Wer ist der größte Populisten-Dreck? AfD! 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 Wer knallt alle Asylanten weg? AfD! 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 Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD! AfD! Und wer wirkt dabei trotzdem nicht? AfD! 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 Wer geht AfD noch wählen? Keiner! Keiner! Wie groß wird ihr Wahlerfolg? Kleiner! Kleiner! Wer will die Partei hier haben? Keiner! Keiner! Wie werden ihre Sprüche immer? Gemeiner! Gemeiner! Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD! AfD! Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD! AfD! Wer knallt alle Asylanten weg? AfD! AfD! Und wer ist der größte Populisten-Dreck? AfD! 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 Und wer ist der größte Populisten-Dreck? AfD! 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 Einige kamen nicht nach Hause, andere erreichen viele Aufmerksamkeit! Keine Restaurants oder ihr Auto und ich kam nicht zum Einkaufen. Das ist doch unglaublich. Und da war dann erstmal Licht aus. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Dann komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Daher möchte ich darauf verweisen, bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Bitte, 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 bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Ach, ehrlich, sie gehen mir auf den Sack, echt. Und es macht mich stolz und dankbar. Schlampe. Tippen. Ach, ehrlich, sie gehen mir auf den Sack, echt. Ich habe das Recht auf Einkauf. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Das lasse ich mir in einem freiheitlichen, demokratischen Staat weder von Polizei noch der AfD nehmen. Freiheitlichen, 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 demokratischen, 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 demokratischen AfD. Das lasse ich mir in einem freiheitlichen, demokratischen Staat weder von Polizei noch der AfD nehmen. Wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Und wer wirkt dabei trotzdem nicht? AfD, AfD. Wer geht AfD noch wählen? Keiner, keiner. Wie groß wird Ihr Wahlerfolg? Kleiner, kleiner. Wer will die Partei hier haben? Keiner, keiner. Wie werden Ihre Sprüche immer? Gemeiner, gemeiner. Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf und ich werde dagegen angehen. Ihr bekommt, was ihr verdient. Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, was ich tun werde? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Da hört sich wunderbar an. Das sind abendführende Vorträge, um das zu beantworten. Die kommt aus dem Nichts. Ganz einfache Lösung. Dann hol eine Alme an den Schein. Ganz richtig, jetzt wird abgeraschnit. Jetzt, 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 jetzt wird abgeraschnit. AfD. Jetzt wird abgeraschnit. AfD. Jetzt wird abgeraschnit. AfD. AfD. Jetzt wird abgeraschnit. AfD. Jetzt wird abgeraschnit. Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Jeden Tag das gleiche Muster. Wenn es dann hart auf hart kommt, ziehen die alle Schwanz ein. Oh. Dann hol eine Alme an den Schein. Sobald die Straßen wieder offen sind, werde ich einkaufen, einkaufen, einkaufen. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren. Ladies and Gentlemen, willkommen zu den 66. Hungerspielen. Richtet eure Wacken. Alles super. Also ich empfehle Ihnen die Tofu Brokkoli. Verlasst euch darauf. Ihr könnt nichts dagegen tun. Crime. Destroy. Selbstmordattentate. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Autobomben. Eliminated. Kein heiliger Krieg. Verdammte Scheiße nochmal. Ich habe fertig. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Wir sind Freunde der USA. Und auch sie sind tödlich. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Und es macht mich stolz und dankbar. Das ist alles, was... Ach, sie gehen mir auf den Sack. Das ist alles, was wir machen. Wer ist der größte Populisten-Dreck? AfD. AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD. AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD. AfD. Und wer wirkt dabei trotzdem nicht? AfD. 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 Wer geht AfD noch wählen? Keiner. Keiner. Wie groß wird ihr Wahlerfolg? Kleiner. Kleiner. Wer will die Partei hier haben? Keiner. Keiner. Wie werden ihre Sprüche immer? Gemeiner. Gemeiner. Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD. 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 Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD. AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD. 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 Vielen Dank.